Was geht ab, ihr verbissen? Verbissen, verbissen, was heißt, bissen, was zu wissen, was zu wissen, was zu wissen. Die erste Runde des RPD ist vorbei und ihr habt das Video bewertet. Da ihr Untermenschen eh keine Ahnung habt, ist mir das egal. FUTZE! Die Bewertung ist zu Ende. In der Beschreibung steht, wie der erste Clip abgeschnitten hat. Kinder in Afrika haben nicht viel zu essen. FUTZE! Ich finde das Video gut, weil eine Frau in der Küche zu sehen ist, wo sie hingehört. In die Küche. Schlampe. Frauen sollen putzen und kochen. FUTZE! Ich bin der Überking. Kommen wir zum zweiten Bewerber. Ja. Wir sind die Wassermaschine los. Ah! Transport-Sortierung. Na schön. Ah! Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.